Renata Lusin hört auf ihren Körper und tanzt weiter. Renata Lusin ist unglaublich dankbar, denn bislang hat die Schwangere mit keinen üblen Schwangerschaftssymptomen zu kämpfen. Bedeutet für sie, die Let's Dance-Profitänzerin kann weiterhin auf dem Parkett stehen und hier ihrer größten Leidenschaft nachgehen. Solange sie sich, so topfit, fühlt, möchte die 36-Jährige nämlich auf ihren Körper hören, ihm vertrauen und weiter tanzen, wie sie erst vor kurzem erklärt hat. Für die zweite Hälfte der Schwangerschaft drückt sie sich also selbst die Daumen. Hoffe, dass sie genauso ohne Probleme verläuft, so Renata in ihrem neuesten Instagram-Post. Auf ihren Schwangerschaftsbauch hat Renata Lusin übrigens sehnsüchtig gewartet. Die Profitänzerin wusste, bei ihr kann es etwas dauern, bis man die Kugel erkennt. Der Arzt hat gesagt, dass ich so starke Bauchmuskeln habe, dass man das noch nicht so stark sieht. Es kommt aber dann auf einmal sehr schnell, nur etwas später, so die 36-Jährige im RTL-Interview Ende September. In ihrer Instagram-Story aus dem Trainingssaal erkennt man aber deutlich, dass Renata längst nicht mehr alleine über das Parkett schwebt. Das Baby-Bäuchlein ist nicht mehr zu verkennen. Es wird wirklich hart für mich. In den nächsten Wochen wartet nochmal eine besondere Herausforderung auf die Schwangere, die verbringt Renata nämlich größtenteils alleine. Ehemann Valentin ist ab sofort auf der großen, Let's Dance-Tour und tritt ab dem 7. November gemeinsam mit den anderen Profis und Promis in Deutschlands Arenen auf. In seiner Story verrät er, dass er erst am 28. November wieder zu Hause in Düsseldorf sein wird und Renata gibt zu. Es wird wirklich hart für mich. Ein kleiner Lichtblick. Sie schaut natürlich auf der Tour vorbei. Sie wird Valentin also bald wiedersehen.